So, ich war mal wieder beim Meckes essen, denn die haben einen neuen Burger, der Big M. So nennt sich das Ganze, wird hier beworben mit dem Spruch Zwei Hände voll Geschmack. Den Burger gibt es seit heute in Deutschland zu kaufen, also seit dem 14.8. Ich weiß nicht genau, wann ihr das Video sehen werdet, wahrscheinlich morgen am 15.8. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie der schmeckt und wie der aussieht. So kommt er daher in einer gelben Schachtel, der M von McDonalds und ich lese euch mal kurz aus der App vor, wie der hier beworben wird. Zwei saftige Rindfleisch Patties aus 100% Rindfleisch aus Deutschland mit einer cremigen Special Soße, perfekt passend zu Beef und mit gewohnt leckerem McDonalds Geschmack on top. Gibt es knusprige Röstzwiebeln, zart schmelzenden Cheese, würzige Gurken und knackigen Salat. Alles zwischen zwei extra fluffigen Bands. Und so reichlich, dass du definitiv beide Hände brauchst. Ja, die Zutaten könnt ihr euch selber anschauen in der App. Was da oben drauf ist, ist übrigens kein Pfeffer, sondern Mohn. Ich dachte, das wäre Pfeffer. Das seht ihr aber gleich noch alles. Der Spaß kostet einzeln 8,70 Euro und dem Menü 12,30 Euro oder so. Und so sieht das Teil aus. Es ist wirklich reichlich. Definitiv, man wird von diesem Burger satt, ohne dass es da noch Pommes braucht oder sonst was. Nebenher, ich bin total hungrig in Meckes gegangen. Ja, und so sieht er von innen aus. Zwei saftige Rindfleischscheiben, drei Scheiben Käse, reichlich Eisbergsalat oben drauf. Und dann eben diese gelbe, cremige Soße und Röstzwiebeln drauf. Außerdem noch frische Zwiebeln. Das finde ich sehr genial. Ja, und jetzt kommen wir zu der Frage, wie schmeckt das Ding eigentlich? Ehrlich gesagt hat meiner leicht verbrannt geschmeckt. Ich glaube nicht, dass das vom Hack kam. Das sah eigentlich nicht verbrannt aus. Von der Soße kommt das bestimmt auch nicht. Möglicherweise aber von den Röstzwiebeln. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, und die Soße fand ich jetzt auch nicht so überragend. Ich habe mir ein paar Videos angesehen von diversen YouTube-Kollegen. Die haben die gelbe Soße in den Himmel gelobt. Und ich könnte jetzt nicht mal sagen, wonach die geschmeckt hat. Die ist auch auf keinen Fall besser wie die Big Mac Soße. Und mir war es auch zu viel irgendwie. Ich arbeite mich jetzt da langsam durch. Jetzt bin ich ungefähr bei der Hälfte angekommen. Ich würde zum Beispiel die Röstzwiebeln weglassen. Die finde ich komplett unnötig. Stattdessen vielleicht noch eine Scheibe Tomate oben drauf. Aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Ich fand den Burger insgesamt nicht so gut. Viel zu teuer auch. Der beste Burger bei McDonalds ist und bleibt der Cheeseburger meiner Meinung nach. Wenn ich Bock auf was Beefiges habe, dann leiste ich mir mal einen Royal Cheese oder Royal TS. Der Big M wird von mir mit einer 4 bewertet. Und damit bin ich dann auch schon wieder raus. Mehr wollte ich euch gar nicht mitteilen. Das ist möglicherweise ein ziemlich kurzes Video geworden. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne Like und oder Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Das motiviert mich neue Videos zu machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut und tschüss. Bis dahin macht's gut. 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 Bis dahin macht's gut.